Bei Segen denke ich immer an die lateinische Bedeutung davon, benedizere, das heißt wörtlich übersetzt, Gutes sagen. Das heißt, Segen ist für mich, ich rede gut mit anderen, ich rede gut zu anderen und ich handle natürlich auch entsprechend. Also ich höre ihnen zu, ich bleibe in meinem Ohr, ich gehe mit ihnen mit, wenn sie Hilfe brauchen, das ist so für mich Segen sein.